Wir sind hier 200 Grüne aus 37 Ländern und wir haben eine gemeinsame Edition jetzt vorbereitet, die vielen Menschen in Europa, die sehr betroffen sind von der Katastrophe von Fukushima, die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zu sagen zur Frage der Energiezukunft Europas. Wir werden Unterschriftenlisten anbieten in allen europäischen Ländern, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich ohnehin bereits schon auf der Homepage anzuklicken. Wer unterschreiben möchte, sofortiger Ausstieg aus den Risikoreaktoren und langfristiger Umstieg auf erneuerbare Energieträger ist herzlich eingeladen, das jetzt in 37 Ländern der Welt mit uns gemeinsam zu machen. Die österreichischen Grünen gehören mit Global 2000 zu den Ersten, die eine Petition für den Ausstieg aus der Atomkraft ins Leben gerufen haben. Eva Glavischnik bringt diesen Spirit gemeinsam mit der Abgeordneten zum Europäischen Parlament Ulrike Lunacek in die Konferenz der Europäischen Grünen in Budapest ein. Mit Erfolg! Ab sofort gibt es dank der Grünen die europaweite Petition für den Ausstieg aus der Atomkraft. Am Rand der Konferenz der Europäischen Grünen finden Gespräche mit Daniel Kohn-Bendit aus Frankreich, Rebekka Harms aus Deutschland und Monika Frasoni der italienischen Grünen statt. Gemeinsam treten sie vor die Presse und demonstrieren als europäische Grüne Einigkeit in der Forderung nach einer atomfreien Zukunft. Es ist unsere Aufgabe, wirklich unsere Aufgabe zu organisieren, die Pressure all over Europe für eine Kampagne. Ich habe wirklich viel Kraft aus der Ausstiegsbund-Diskussion in dem Moment. Und als es sich starten mit Europa heute, lasst uns die Nuklear-Power-Historie machen. Vielen Dank. Vielen Dank.